Fans konnten es kaum erwarten, am 13. April 2024 fand endlich die Schlagernacht des Jahres in der Barclays Arena in Hamburg statt. Ausgerechnet ein Schlagerstar fehlte, Sängerin Michelle. Endlich tourt die Schlagernacht des Jahres wieder durch Deutschland und Schlagerfins können sich auf eine große Party mit Stars wie Ross Anthony, DJ Ötzi, Marie Reim, Erik Philippi und eigentlich auch Sängerin Michelle freuen. Doch ausgerechnet diese Schlagerikone fehlte am 13. April 2024 in der Barclays Arena in Hamburg. Und das, obwohl sie bei den anderen Terminen der Schlagernacht des Jahres dabei war. Für ihre Fans war das sicherlich eine große Enttäuschung. Warum ist Michelle nicht bei der Schlagernacht des Jahres in Hamburg dabei? Besonders ihr Duet mit Partner Erik Philippi vermissten die Schlagerfins in Hamburg bestimmt schmerzlich. Doch warum war Michelle beim Konzert in Hamburg nicht dabei? Und tritt sie dieses Jahr gar nicht mehr bei der Schlagernacht des Jahres auf? Stattdessen war Michelle am 12. April zu Gast in der WDR-Tugshow Kölner Treff, 22 Uhr, WDR. Gut möglich, dass sie es deswegen nicht nach Hamburg geschafft hat. Sängerin Michelle, ihre Fans können aufatmen. Oder steckt viel mehr dahinter? Erst im Oktober 2023 hat Michelle ihren Rückzug aus der Schlagerwelt verkündet. Sprach erst vor wenigen Tagen öffentlich über ihre gesundheitlichen Probleme. Ein offizielles Statement, weshalb sie am 13. April 2024 in Hamburg fehlte, existiert nicht. Dennoch gibt es erst einmal Entwarnung für ihre Fans. Der Veranstalter von Schlagernacht des Jahres gibt auf seiner Website bekannt, dass Michelle bei dem kommenden Termin am 20. April 2024 in Leipzig wieder als Künstlerin dabei sein wird.